Wir haben keine Rechte, uns das Geld einfach so wegzunehmen. Hallo. Du Rumpel, ich glaube, die hört ihr gar nicht zu. Na, Vreme, ja. Da müssen wir ein Projekt um Pitti-Pucci noch mal jeden testen. Wie macht es Elena, es wird los, eine Prüfphase. Da. Ich bin Tjure, männlich. Und wenn du auch auf Reisen und Plündern stehst, dann würde ich dich gerne näher kennenlernen. Was soll denn das werden? Na, ich bringe ihr unsere Sprache bei. Was denn? Schade, dass sie nicht auch noch meine Alte mitgenommen haben. Oder ist hier jemand anderer Meinung? Und? Kommst du voran? Was glaubst du wohl, was ich hier mache? Ich meine das Mädchen. Was soll denn die blöde Frage? Sieht doch jeder, dass du ein Auge auf die Kleine geworfen hast. So ein Quatsch. So toll ist die auch wieder nicht. Na ja, besser als deine Alte. Die sieht nämlich aus wie ein Bierfass. Die würde schneller vorankommen, wenn man sie rollen würde. Hey! Du? Du zerreißt dir nicht das Maul über meine Alte. Mach ich doch. Wenn wir auf das Ende der Welt zutreiben, ist Feierabend. Dann werden wir den großen Wasserfall hinuntergerissen, gurgeln noch ein bisschen und dann ist Sense. Snorre! Na los, Snorre! Wach auf! Mit wem soll ich mich denn prügeln, wenn du nicht mehr da bist? Na los, Snorre! 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 Es sagt hier, dass Mr. Impressetti und Frank haben einen Argument in Franks basement. Hobby basement. Jesus Christ. Ich liebe in kleinen Sweatshubs'hac. Ja, ich sag's. Ein kleinen Sweatshub ist definitiv in der richtigen Situation. Die Radio will bother you, bitte. Actually, yes, it will. Will you turn it off? Sorry? I asked you to turn it off. I hate the radio. Besides, I'm trying to concentrate on my... ...my newspaper. Good morning, Calypso. On 95.7, my morning radio show. Mom. No, Mom, we're coming tomorrow. No, Mom, I'm at work right now. Yeah. Yeah, I tell you tomorrow. Yeah, Jerry's coming with me. I'll pick him up. Yeah. Uh-huh. Yeah, Mom, but I... Yeah. Okay, kisses. Yeah, kisses. Love you. Bye. See you. Bye. Sorry about that. But my mother is a bit confused and often mixes things up. My brother and I, we're going to visit her in the hospital tomorrow. But she thought we were coming today. We're gonna see her every Saturday for the past two years. And today it's Friday, not Saturday. Hey, could you do me a favor and plug your phone in to the hands-free plug-in that the car provides you with, okay? That's what it's for, so you can drive with both hands. Besides, it's the law. Really? Yes. Really. It's the law now? I've been thinking about it a long time. What can happen to you in this world? What can happen to you in this world? That's what I mean. What can happen to you. That's what you're going to hear, and that's not it. It's that. But I think I know what it is. I know what it is. Das größte Ort bist du. Mein bester Freund. Ehrlich gesagt, ich hätte es mir leichter vorgestellt. Ringo und ich haben die gleiche Nase. Ach was. Da gibt es schon so einen kleinen Neid, dass man nicht so gut aussieht oder so gut singen kann. Aber ich verbiete mir das eigentlich mit dem Neiden, weil... Da macht man sich jemanden zum Feind, den man vielleicht auch eher lieben könnte. Es gab nur Kula Null. Was heißt denn hier nur? Ist doch herrlich. Besonders wenn die eiskalt ist. Ich liebe Kula. Ich wollte noch was sagen, dass diese Obsession mit Stars und Mythen und was da alles noch dazukommt. Hier, das passt gerade ganz gut. Jetzt können Sie ja mal was vorlesen. Von Ihnen? Das Phantom Manipulation, eine Art Nürnberger Trichter für die medienabhängigen Nerds, löst sich auf unter unserer Betrachtungsweise, die direkt in die Produktionsmethoden des Fernsehens führt und viele Geheimnisse erschließt. Das bedeutet, hier habe ich mich etwas gehört. Ich weiß ja, dass du nicht immer noch kurz vorlesen kannst... Ich bin eine Art Nürnberger Trichter für die mit dem Geheimnis. Los geht es jetzt mal. Untertitelung des ZDF, 2020